Die Berliner Mauer. Bekannte Funktion, Erinnerungsstück seit 20 Jahren. Neue Funktion, Schlafplatz. Drei junge Designerinnen aus Berlin haben die Mauermatratze erfunden. Denn gekippt ergeben die Stücke der Mauer die perfekte Matratzenform. Die abgerundete Überwindungsbarriere wird zum Kopfteil der Rest zur Liegefläche. Mit Platz für Mauersprüche wie, wir sind ein Volk, Arbeiter und Bauern brauchen keine Mauern oder niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten. Wir haben recherchiert nach Sprüchen, die mit der Mauer in Zusammenhang zu bringen sind und sind dann am Ende auf die sechs gekommen. Die Mauermatratze ist ein Kunstobjekt, das in London und natürlich in der deutschen Hauptstadt ausgestellt war. Ein Kunstobjekt mit Geschichte, nicht nur weltpolitisch, sondern auch ganz persönlich. Josefine Rank, Juliane Zöller und Carolin Bigert kommen aus Ost- und West-Berlin sowie aus Süddeutschland. Sie verbinden mit dem Mauerfall ganz eigene Erinnerungen. Im Sommer war ich mal inhaftiert wegen Republikflucht. Ich bin dann aufgrund der Amnestie, wurde ich dann entlassen und war also noch gar nicht wieder so lange draußen. Also die Ereignisse haben sich gejagt in meinem Leben, die großen Ereignisse. Und dann ist die Mauer gefallen. Ich hatte das eigentlich, hat schon gehört, aber konnte es noch nicht so richtig fassen. Es wirkte so unrealistisch oder so unreal. Und ich bin noch zur Arbeit gefahren. Ich war damals Tattechnikerin und war dann aber die Einzige im ganzen Labor. 20 Jahre ist das her. Ohne den Mauerfall hätten auch die Designerinnen sich nie kennengelernt und nicht mit der Mauermatratze für Aufsehen gesorgt. Deren kleinen Bruder, das Berlin Wall Guest Bed, gibt es demnächst im Internet zu kaufen. Die Matratzen selbst sind reine Kunstobjekte und nicht käuflich zu erwerben.